Hallo zusammen, bald ist Halloween. Kinder ziehen dann von Haus zu Hause und sammeln Süßes oder Saures. Wie du eine coole Aufbewahrung für die Süßigkeiten aus einer Hundefutterdose basteln kannst, erfährst du in diesem Video. Hierfür benötigst du eine Korkplatte, eine Hundefutterdose, eine Serviette, Acrylfarbe, Serviettenkleber, einen Pinsel und eine Schere. Zuerst bereitest du die Dose vor. Dafür reinigst du sie und ziehst das Etikett ab. Bemale jetzt die Dose mit der weißen Farbe. Für einen schönen Look klebst du eine Serviette auf die Dose. Für den Deckel schneidest du einen Kreis aus einer Korkenplatte und rundest die Seiten entsprechend ab. Nun noch die Dose mit Süßigkeiten befüllen und dann heißt es Süßes, sonst gibt's Saures.